Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Story Mode. Wir sind momentan in Folge, hm? Ich glaube sieben. Ja, noch sieben müsste sein. Und wir machen einfach mal weiter da, wo wir aufgehört haben. Es ist für mich schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ah, na gut, wir werden es gleich sehen. Kann doch auch sein, dass wir irgendwas davon schon gemacht haben, aber wir warten es einfach mal ab. Ah, Ruben. Geht's gut? Und wir gehen. Wohin? In Sonnenlicht. Und? Irgendetwas Gebäude, ich denke. Let's get a closer look. Dann mal auf zum Gebäude. Und? Hör auf mit dir. Was ist denn das? Das ist ein guter Ort. Das ist ein guter Ort. Was ist denn das? Das ist das, was wir versuchen zu herausfinden. Das ist das Tempel des Ordens der Stöhnen. Lukas, bist du sicher? Er ist richtig, schau. Holy crap. Du denkst, dass sie da sind? Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir gehen. Es ist lustig, wie die Dispensers schaufen wie ein kleines Sputzes aussehen. Was hast du, kleine Junge? Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich nicht mehr wissen. Schauen wir doch mal, ob wir da drüber kommen. Oh, oh. Ruben! Nein! Verdammt. Oh, komm mal, Dispenser-Faces. Ich dachte, wir waren Freunde. Run! Ui. Noch mehr. Wir sind verraten. Wir aktivieren die Dispensers mit der Pressure Platte. Ach. All right, everyone, empty your pockets. Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter last night. I've got some Flint and a piece of String. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded. Ach. Let's see, I've got some Flint and steel, a sword. Oh, and some string from a spider that I bought in the woods earlier. String, sticks, wind and feathers. So, dann noch eine Feder. Und ein Feuerstein. Alles rum. Okay, or you can do the arrow first. Done. Und die drei Strings. I keep playing. Okay. Yeah. Let's do this. Ooh, cool. All right. The dead enders luck is changing. This must be their enchantment room. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Yep. See that's a little nose. Find anything useful? Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Okay. Wenn du das meinst. The battle was fierce, but the order of the stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place. As five heroes, they would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the order of the stone? The stories never mentioned him. This is so crazy. This might explain why Ivor had such a grudge against Gabriel. They lied to us. They lied to the whole world. Why would they do this? This is so crazy. The order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Tja, lasst uns rausfinden. Only one way to find out. Now this is cool. Wow. Hm? What happened to the walls? More like, what happened to this whole place? This must have been where they met. So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the order of the stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Is something supposed to happen? Well, that was a let down. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. What you looking at? Nothing. Whatever. Axel? I was just trying to figure out what Petra might mean. I mean, I know she's gonna be fine, but I was just curious. We're gonna find her. It's a map of the entire world. This is way nicer than the one at Endercon. Find anything interesting in that book? The only thing I've found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the order. And does it mention how? It's less technical and more historical. Okay. Yeah. Dann gehen wir nochmal zu den Podestia. Sieht doch stark danach aus, als wenn man da was reinstecken müsste. It's the same as the amulet. Und? 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 We're in the temple of the order of the stone. The order's actual temple. Who'd have thought it, huh? A bunch of small towners like us, wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Hey Ruben, find any clues? Okay. Anscheinend nicht. Gut. Dann haben wir hier noch ein paar Schalter. A bunch of small towners. Okay. Okay. Well, let's go ahead and do it. Okay. Was haben wir denn da für eine Logik dahinter? Muss man das verstehen? Gibt es dafür einen DZ nicht nur als? Nö. Drei. Hat sich gar nichts geändert. Hm. Komisch. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, was wir wollen. Es gibt doch keinen Hinweis. Muss man es jetzt einfach dumm ausprobieren. Was ist das? Was ist das? Es wäre echt interessant zu wissen, was das für eine Schaltung ist, die dahinter steht. Weil dann könnte man vielleicht auch aufgrund dessen irgendwie erraten oder... Und die Frage ist, was muss denn da hinten tatsächlich passieren? Ich tippe ja fast mal darauf, dass alle fünf Lampen leuchten müssen, aber... Machen wir nochmal den aus. Und dann den vielleicht an. Und dann den wieder zurück. Da tut sich... Interessant, dass man sich beim Mittel dann gar nichts tun kann. Tut sich jetzt aus... Hä, nicht den! Hallo? Ich sag dir nicht den da. Den da. Was hat's mit den Schaltern auf sich? Da ist auch nirgendwo irgendein gearteter Hinweis. Kann das echt sein, dass wir alle Stellungen einfach ausprobieren müssen? Also, das war der erste Schalter. Wir sind alle an. Machen wir nochmal alle aus. Nicht den. Den da. War auch der Fallscher, aber egal. Den da. Den da. Den da. Den da bitte auch noch. Den da müssen wir eigentlich gleich in Ausgangsstellung sein. Alles wieder aus. Okay. Also, den Schalter ein. Die oberen drei gehen an. Den Schalter ein. Zwei und drei gehen an. Von訂 auf. Ne den! Drei, vier! Drei! Damit schaltet man anscheinend die mittlere um. Was? Oh, nein. Moment. Nein, Mist. Hatte ich aber auch schon so. Hm. Mist, auch das stöhne ich. Nee, die Logik erschließt sich mir gerade echt nicht. Na komm, geh nochmal eins nach rechts bitte. Nein, nicht den. Den da. Und dann den da. Ah, gut. Was auch immer. Stubbidi z Rumbrupiem. Das ist wirklich unglaublich. Das ist unglaublich. How did they build this? Okay, now I'm impressed. This looks like some sort of tracking system. It's the Order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the Nether. We have to go off what we do know. Petra's relying on us. That wither storm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only two lights. There are only two members of the Order left? He said Sorin was missing. That leaves Magnus or Eligard. Let's head out. Sorry. I'm not going with you guys. I have to stay here. If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. We might need your help out there. You should come with us. No. You don't need me. This is where I should be. If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go. Get help. I'm going to focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're going to have a chance at fortifying it, I'm going to need some help. If, uh, maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Eligard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. And obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I think Axel meant Eligard there, Jesse. Uh, no. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Eligard's. It's the clear choice to make. You've got to come with me. You're my best friend, Jesse. It's you and me. Like always. Think about it, Jesse. This is more of a gut call. We need to make sure we get this right. We're not going to get a second shot at this. Get ready to roll, Axel. We're going to go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine. But I'm only doing this for Petra. I'll take it. I hope it's going to be a good one. I think we should do this quickly. Please hurry. What, please? Jesse and Axel return to the nether, intent on finding Magnus, the rogue, and find themselves in a kingdom of chaos, full of dangerous people with poor impulse control and some deadly hobbies. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. Okay, let's see what we did. We've tried to put Petra or Gabriel to do it. Okay. Yep. Da war ich nicht ganz der Meinung. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Jetzt haben wir es durchgespielt, die Episode 1. Und, tja. Die Frage ist jetzt natürlich, hat das Sinn gemacht? Hat das Spaß gemacht? Es war mehr, und das habe ich auch in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, es war mehr eine Art interaktiver Film. Es war tatsächlich nicht mehr wie ein interaktiver Film. Die Story war bisher okay bis gut, hätte ich gesagt. Die Machart war in Ordnung. Viele Eingriffsmöglichkeiten haben wir tatsächlich, deswegen eher so ein interaktiver Film. Bis jetzt, muss ich sagen, fand ich die 20 Euro ein bisschen zu viel. Tatsächlich ein bisschen zu viel. Es ist nur noch die Frage, was dann quasi die nächsten Episoden kosten werden, weil das wird natürlich wieder ein kostenpflichtiger DLC werden, und das ist ganz klar. Und die Frage ist, wann der kostenpflichtige DLC rauskommt. Deswegen von mir momentan definitiv noch keine Kaufempfehlung, weil ich möchte erstmal sehen, was die DLCs kosten. Wir sind hier bei Episode 1. Ich glaube, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, waren es 5 Episoden. Wenn jede Episode nochmal ein 10er kostet, finde ich das ehrlich gesagt zu viel. Dann finde ich das definitiv zu viel. Also unter 10 Euro. Auch schweren Herzens. Man kann es auch anders rechnen. Wir haben jetzt hier, ich glaube, irgendwo zwischen 2 und 3 Stunden gespielt. Dafür haben wir jetzt 20 Euro ausgegeben. Vergleich zum Beispiel, was bei euch die Kinokarten kosten. Habt ihr für die Zeit auch so viel Geld fürs Kino ausgegeben? Im Moment eigentlich noch nicht. Also Kino war ehrlich gesagt noch. Okay. Die Entscheidung möchte ich euch überlassen. Wie gesagt, ich werde gucken, was die nächste Episode kostet. Dann, je nachdem, was sie kostet, werde ich mich entscheiden, weiterzuspielen oder nicht. Wenn das erst sich wieder zu einer Art, nennen wir es mal, Gelddruckmaschine entwickelt, muss ich sagen, nein. Aber dann werde ich auch garantiert noch eine ganz kurze Folge bringen und werde dann sagen, dass ich das nicht unterschätzen werde. Wenn es das im Rahmen hält, ja, dann können wir nochmal über die nächste Folge reden. Ganz klar, ne? Von daher, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ein Like. Ein Plus Eins. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, die lese ich gerne, beantwortet ich gerne. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr gerne auf dieses Video klicken, könnt ihr mich abonnieren, könnt ihr gerne auf die anderen Videos klicken, drumherum. Da könnt ihr andere Standarten von mir oder von uns sehen. Bleibt mir eigentlich nur noch eins zu wünschen, habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Den Abspann sparen wir uns jetzt noch ein bisschen, weil das wäre alles viel zu lange. Deswegen, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.